Fluch der heiligen Familie nach Ägypten Das Neue Testament berichtet, das sich zur Zeit Herodes des großen Sterndeuter aus Bethlehem nach dem neugeborenen König der Juden, Jesus von Nazareth, erkundigten, um ihm zu huldigen. Herodes erschrak und trachtete Jesus nach dem Leben. Auf Anraten eines Engels des Herrn verließen Maria mit ihrem Kinder und Josef der Zimmermann Judea mit dem Ziel Ägypten und sollten erst nach dem Tode des Herodes nach Nazareth zurückkehren. Der Aufenthalt der heiligen Familie in Ägypten spielt im religiösen Leben der Kopten, den orthodoxen Christen Ägyptens, eine bedeutende Rolle, und sie begreifen dies als ihr historisches Erbe. Viele von ihnen begeben sich alljährlich zu großen Festen, den Mulits, zu Ehren der Hektoliter-Jungfrau an die Etappen der Flucht der heiligen Familie, auch um ihre neugeborenen Kinder taufen zu lassen. Und auch Muslime begegnen diesem Andenken mit großem Respekt. Da die Bibel kein historisches Werk ist und der Grund der Flucht, der Kindermord in Bethlehem, von zweifelhafter Historizität ist, ist es schwierig auszumachen, ob die Flucht nach Ägypten wirklich wie in der Bibel dargestellt bzw. überhaupt stattgefunden hat. Zeitliches Umfeld mit dem Tode Kleopatra 7 Im Jahr 30 v. Chr. endete die ptolemäische Zeit Altägyptens. Von nun an war Ägypten kaiserlich-römische Provinz. Die Anfänge des Judenchristentums in Ägypten wohl um die Zeitenwende liegen im Dunkeln. Ägypten war Zufluchtsland für verfolgte Christen wie nach der römischen Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 n. Chr. Sie siedelten sich zumeist in Alexandria, vielleicht auch in Babylon an. Zur Zeit der Flucht der Hektoliter-Familie war Gaius Turanius, 7 v. Chr., 4 n. Chr., römischer Präfekt in Ägypten. Berichte im Neuen Testament Im Neuen Testament erfährt man über die Schlüsselereignisse der Geburt Jesu und seiner frühen Kindheitsjahre. Verkündigung, Verheißung, der Geburt Jesu, die Geburt Jesu, die Huldigung der Sterndeuter, Magier, die Flucht nach Ägypten, der Kindermord in Bethlehem, und die Rückkehr aus Ägypten. Die Geburt Jesu mit den Angaben aus dem Neuen Testament, der Geschichtsschreibung und der Astronomie lässt sich das Geburtsjahr Jesu auf etwa 7 v. Chr. bestimmen. Als Herodes im Jahr 4 v. Chr. stirbt, kann die Hektoliter-Familie nach dreieinhalb Jahren in Ägypten zurückkehren. Der Stern, den die Sterndeuter aufgehen sahen, wies mit der Konjunktion, gleiche scheinbare Lage, von Jupiter und Saturn im Jahre 7 v. Chr. zusammengebracht. Rekonstruktion der Fluchtroute Allerdings ist es nicht möglich, die Route der heiligen Familie aus dem Neuen Testament zu erschließen. Dies wäre auch nicht seine Aufgabe, hier stehen das Wirken Jesu und seine Lehre im Vordergrund. So muss man weitere Quellen heranziehen, wie dies zum Beispiel der Philosoph und koptische Theologe Otto F. A. Mainadus getan hat. Dies sind zum einen die sogenannten Apokryphen verborgenen, Schriften. Dies sind Schriften, die nicht zum Kanon des Neuen Testaments gehören, aber mit ihm verwandt sind. Hierzu gehören das arabische und das armenische Kindheitsevangelium, das Pseudomatheusevangelium, das Kindheitsevangelium des Thomas und die Vision des Theophilus, 23. Patriarch von Alexandrien. Predigten, Homilien, verschiedener Geistlicher, wie zum Beispiel eine Homilie des Zacharias, Sechereier, Bischof von Sacher, 7.8. Jahrhundert, zwei Homilien des Zyriakus, Bischof von Banasa, und eine Predigt, die dem Timotheus 2. Elurus, 26. Patriarch von Alexandrien, gestorben 477, zugeschrieben wird. Koptische und äthiopische Synaxarien, dies sind tageweise zugeordnete Beschreibungen von Heiligen und ihren Festen. Weiterhin geben Historiker wie zum Beispiel Makritzi und Abu el-Makarim, in der Überlieferung von Abu Salih, Auskunft. Zuletzt erfährt man aus mündlichen Überlieferungen Details der Fluchtroute. Nicht selten enthalten diese Dokumenten neben den historischen Daten auch Erzählungen über die Wunder Jesu. Man sollte jedoch bedenken, dass diese Quellen erst einige hundert Jahre nach den Ereignissen, von denen sie berichten, entstanden sind. Archäologische Zeugnisse oder Textüberlieferungen aus der Zeit der Flucht der Heiligen Familie wären sicher besser, aber es gibt sie nicht, bzw. sie wurden noch nicht gefunden. Die größten Kindheitsstationen werden im armenischen Kindheitsevangelium beschrieben. Der Weg der Hektoliter-Familie führte sie zuerst in die Hafenstadt, in der sie sechs Monate blieben. Der weitere Weg über den Sinai ins Nil-Delta ist kaum bezeugt. Man vermutet, dass die Hektoliter-Familie entlang der bekannten Karawanenroute gereist ist. Sie gelangten nach, einen Tag später nach, Chanjunis, und nach, Rafa. Nach weiteren zwei Tagen erreichten sie das Wadi El Arish, die natürliche Grenze zwischen Palästina und Ägypten. Über, El Arish, erreichte die Familie, heute die Insel El-Philosiat, westlich von El Arish. Ihr Weg führte sie weiter nach Westen nahe der Mittelmeerküste nach, El Farama, wo die Hektoliter-Familie mehrere Tage blieb. An der Landenge von gelangten sie vom Sinai zum ägyptischen Festland. Ihre Reise folgte nun dem Wadi Ebtumilat, in dem sich heute der Ismailia-Kanal befindet, in der antiken Landschaft Goschen, die im armenischen Kindheitsevangeliumgebiet von Thanis genannt wird. Ihr Weg führte sie zu den Ortschaften, Hieropolis, Tel-El-Mas kleiner als Uch kleiner als Uta, Saft-El-Hina, nach, Bubastis im Südosten des heutigen Zaquazig, nach. Es wird berichtet, dass auf ihrem Wege durch Goschen die Hektoliter-Familie unter Schlupf in einer Höhle suchte. Ein Drache, der aus der Höhle kam, schrie beim Anblick des Jesuskindes auf, fiel zu Boden und bittete das Kind an. Da Jesus in der Lage war, wilde Tiere zu befrieden, schlossen sich in der Folgezeit viele wilde Tiere der Hektoliter-Familie an. Prophezeiung des Jesaja Dem koptischen Synaxarium zufolge war Bubastis die erste Stadt auf ihrer Reise durch das Nil-Delta. Die Vision des Theophilus berichtet, dass deren Einwohner aber mitleidlos der Dürsten den Hektoliter-Familie das Wasser verwehrten. Nach erfolgloser Suche nach einer Wasserquelle zeichnete Jesus ein Kreuz auf die Erde, worauf sich alsbald eine Quelle auftat. Das Wasser ist für alle heilsam, nur nicht für die Bevölkerung von Bubastis. Weiter südlich erreichte die Hektoliter-Familie die Stadt Bilbeis, in der Jesus einen Toten zum Leben erweckte. Gemäß den koptischen und äthiopischen Synaxarien und der Homilie des Sechereier setzte die Familie ihren Weg nach fort. In der Homilie des Sechereier wird als nächster Ort genannt. Ihr weiterer Weg führte sie in die Gegend von, in der gemäß den koptischen und äthiopischen Synaxarien Jesus einen Fußabdruck im Felsen bei Bitschei Jesus hinterlassen hatte. Wohl von Terraner ausblickte die Hektoliter-Familie auf die, die von Jesus gesegnet wurde, auf das sich hier Mönche ansiedeln. Von Kairo nach Asiut das Pseudo-Matthäus-Evangelium berichtet, dass die Hektoliter-Familie in, El Mataria, ihre erste Städte im Niltal erreichten. Jesus grub nach einer Quelle und steckte einen Stock in die Erde, aus dem eine Palme hervorging, unter der Maria rastmachte und sich von den Früchten nährte. Die Palme gibt es nicht mehr, die heutige Saikomor stammt aus dem Jahre 1672. Ihre nächste Rast machten sie im Kairo-Ner Stadtteil, wo sich heute und andere die Kirche der Hektoliter-Jungfrau befindet. Man berichtet, dass das Wasser im Brunnen dieser Kirche heilsam ist. Ihr weiterer Weg führte sie über, und nach. Am Fuße des heutigen Kirche der Hektoliter-Jungfrau setzten sie ihre Reise mit einem Segelschiff auf dem Nil fort. Der Historiker Abu Salih berichtet von einem Aufenthalt an der Kirche El Matuti, die sich wohl südlich des heutigen Badresch einbefunden hat. Der Historiker Mekritzi erwähnt eine Palme in, unter der Maria rastmachte. Man nimmt an, dass die 19. Sure des Koran hierauf Bezug nimmt, ab Vers 23, in dem sie über Marias Schmerzen bei der Kindgeburt berichtet. Einer mündlichen Überlieferung zufolge segnete Jesus eine Quelle in, zwölf Kilometern südwestlich von Markhagar. Ihre nächste Station war sieben Kilometer weiter westlich gelegene, die El Ganus. Das äthiopische Synaxarium berichtet von einem Brunnen, aus dem die Hektoliter-Familie getrunken hat und der hier wie ein Nylometer eingesetzt wurde. Zehn Kilometer weiter südlich erreichten sie. Überlieferungen zufolge hatte die Hektoliter-Familie hier Wasser aus einem Brunnen beziehen können, der als versiegt galt, und Jesus konnte das Alphabet samt seiner göttlichen Bedeutung lehren. Sie setzten ab, El Kais, ihrer Fahrt im Boot fort und erreichten nach etwa 35 Kilometern den. Hier verhinderte Jesus, dass ein großer Felsbrocken auf das Boot fallen konnte. Danach segelten sie weiter südwärts, bis sie, wie und andere des Pseudo-Matthäus-Evangelium bereichtet, El Aschmen ein, erreichten. In der Stadt, in der es heute keine christlichen Zeugnisse mehr gibt, sollen die Abbilder der Idole der hiesigen Bevölkerung bei der Ankunft der Hektoliter-Familie zerfallen sein. Am darauf folgenden Tag konnte Jesus zahlreiche Einwohner von ihren Leiden heilen. Danach verbrachte die Hektoliter-Familie jeweils mehrere Tage in Malawi und Derud-es-Scharif, wo Jesus weitere Wunder vollbrachte. So konnte er zum Beispiel einen Jungen heilen, der vom Teufel besessen war. Ihr Weg führte sie weiter über das heute versandete Sanabu und über die Stadt, El-Kosia. Sie errichteten an der Stelle des heutigen Klosters eine Hütte, wo sie über sechs Monate und zehn Tage blieben. Die an dieser Stelle errichtete Kirche der Hektoliter-Jungfrau gilt als die älteste Ägyptens. Einer mündlichen Überlieferung zufolge ist die südlichste Station der Hektoliter-Familie ca. 10 Kilometer südlich von Aschut an der Stelle des heutigen Klosters, an der die Hektoliter-Familie in einer Höhle übernachtete. Danach kehrte die Hektoliter-Familie nach die El-Mecherik zurück. Von Mittelägypten nach Nazareth. Mittlerweile starb Herodes, und ein Engel des Herrn Teile Josef im Traum mit, dass sie in das Land Israel zurückkehren können. Im Wesentlichen folgen sie der Route ihrer Hinfahrt. Über Hermopolis Magna, El Aschmenein, erreichten sie, wo sie in der sogenannten Jungfrauenhöhle übernachteten. In Alt-Kairo übernachteten sie in einer Höhle, an deren Stelle sich heute die Krypta der St. Sergius-Kirche befindet. Bei ihrer Fahrt nach Norden machten sie weiterhin Halt in El Mataria und in El Mahama, wo die Hektoliter-Familie im Bereich der heutigen Kirche eine Quell segnete. Ihre Rückreise führte sie nun über, Tel-el-Jahudia, Bilb-Eis, Wadi-et-Tumilat, der Landenge von El-Quantara und Gaza. Aber sie siedelten sich nicht wieder in Bethlehem an, sondern in ... ... ...